2-1, dabei ging es ganz schlecht, Notnotab. Ja, nach zwei Minuten schon das heißt, gelöstete Holländer noch rein, das Vorfahrt Grafenfrag. Und hier, Spieler von Delikt, nicht sein erster Linz, ist das Spiel. Und die deutschen Zeit, die Schnellogen, Überzahl, guter Ball, auch so gut, die Interaktion, die Scholle wird zum Unterzeit und am schlechtsten Eizgleich ausgleichen. Dann kommt vor der Pause noch der Treffer, das neue Kapitän. Guter Ball von André, passt schon so weit, Traum, mit aller Kraft in der Reihe und dann in den Städterraum, Überzahl der Deutschen. Kimmich als rechter Verteidiger in der Region von Städterraum. Da zeigt man auch die, es sieht man auch die Flexibilität, die Flexibilität der deutschen Spieler, wo sich die Städterreihen auf den Platz bewegen wird. Und das heißt, Deutschland, wir und Lothar, auf dem müssen wir einiges besser machen.